Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es nun endlich um die Wechseljahre. Ein Thema, was ich jetzt lange vor mir hergeschoben habe, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich es angehen soll. Weil es extrem komplex ist, dass alles in ein Video zu packen ist unmöglich. Sodass wir heute erstmal grob besprechen, was die Wechseljahre eigentlich sind, was da physiologisch hinter steckt, was der Körper da eigentlich macht, der Frau, was es für Symptome auch gibt. Und in den nächsten und folgenden Videos werde ich die einzelnen Sparten nochmal gesondert aufgreifen, wie man zum Beispiel auch eine Therapie machen kann, was es auch für ganzheitliche Ansätze gibt, pflanzliche Ansätze gibt, wie die Symptome sich eigentlich äußern und warum sie sich so äußern. Es gibt also eine Menge zu besprechen. Aber damit man die Integralrechnung der Wechseljahre versteht, müssen wir erstmal beim 1x1 anfangen. Das besprechen wir heute, die Basics zu den Wechseljahren. Kleiner Input. Gynäkologische Themen sind jetzt für den YouTube-Algorithmus nicht das heiße Eisen im Feuer. Deswegen helft ihr mir unglaublich, wenn ihr unten das Glöckchen aktiviert, mir ein Abonnement da lasst und schon helft ihr mir weiter zu helfen. Ihr zeigt mir einfach, dass der Bedarf da ist, dass ihr mir Feedback gebt. Daumen nach oben ist natürlich auch immer gern gesehen. Das wäre ein großes Anliegen meinerseits. Jetzt geht es weiter mit den Wechseljahren. Was bedeutet eigentlich Wechseljahre? Es ist in der Medizin ja sehr oft so, dass irgendwelche schwammigen Oberbegriffe genannt werden. Ich finde es bei den Wechseljahren ziemlich schlüssig. Denn es sind Jahre des Wechsels. Die Frau wechselt von ihrer fertilen und reproduktiven Phase, also die Phase, wo sie fruchtbar ist, zu den Jahren der Unfruchtbarkeit. Dass dieser Wechsel nicht ganz unmerklich vonstatten geht, das wissen viele Damen aus eigener Erfahrung. Aber es ist auch nicht so, dass die Wechseljahre immer gleich schlimm sind, sondern es ist vielmehr ein neuer, ganz anderer Lebensabschnitt für viele Frauen, die auch einhergehen mit sehr vielen Freiheiten. Das Thema Verhütung zum Beispiel fällt weg. Das Thema Perioden, Blutung, Schmerzen, alles was damit einhergeht. PMS wird besser. Brustspann fällt weg. Also auch wenn man Wechseljahre immer ein bisschen negativ konnotiert, ist es nicht immer negativ. Kommen wir aber gesondert nochmal zu. Und um diese Jahre des Wechsels zu verstehen, müssen wir einen ganz kurzen Blick zurückwerfen auf die Embryologie. Denn so ein weiblicher Fetus im Bauch der Mama hat ja schon millionenfach Eizellen in den Eierstöcken. Lustigerweise oder unverstandenerweise gehen davon die allermeisten zugrunde, sodass nur noch wenige hundert Eizellen von den Millionen übrig bleiben, um potenziell mal befruchtet zu werden. Und von diesem Eizellpool, der bei der Pubertät übrig geblieben ist, wachsen natürlich Monat für Monat immer welche an. Einer kommt in den meisten Fällen zum Sprung, sogenannte Eisprung. Und der Rest von diesen Mitgewachsenen geht dann auch zugrunde, sodass diese Eizellreserve in den Eierstöcken langsam oder stetig weniger wird. Und jetzt kommt der Clou. Und da verweise ich natürlich auch nochmal gerne auf mein Video, wo es um den weiblichen Zyklus im Allgemeinen geht. In diesen Eizellen beziehungsweise eher um die Follikel drumherum sind sehr viele Enzyme. Und diese Enzyme können mit Vorboten, sogenannten Androgenen, das sind so männliche Steroid-Hormone, Östrogene bilden und auch Gestagene, Progesteron, ein Gelbkörper-Hormon. Also die weiblichen Sexualhormone sind essentiell davon abhängig, dass da Follikel sind in den Eierstöcken. Und wenn wir jetzt gelernt haben, die gehen langsam aber stetig zugrunde, durch heranreifen, springen und so weiter und so fort, können wir uns ja auch denken, dass diese Hormone langsam aber sicher mit den Follikeln weniger werden. Und genau das passiert eben nicht knack per Knopfdruck, sondern eben über Jahre. Nun sind diese Hormone im Körper gekoppelt an den Hirnstamm. Der Hirnstamm ist quasi der Pulsgenerator. Der sagt immer, bitte Hormone machen, bitte Hormone machen. Und er merkt jetzt, da kommt irgendwie weniger zurück. Ich sage zwar, macht mal mehr Hormone, aber es kommen nicht mehr Hormone. Also versucht der natürlich, weiter Gas zu geben. Und das sogenannte FSH, das Follikelstimulierende Hormon, was in der Hypophyse ausgeschüttet wird, geht nach oben, um eben wirklich die letzten Reserven dieser Eierstöcke herauszupressen. Das passiert aber irgendwann nicht mehr. Typisches und klassisches Bild eben bei einer Blutuntersuchung, bei einer Frau, die in den Wechseljahren ist oder das schon hinter sich hat, ist ein sehr hoher FSH-Wert und sehr niedrige periphere Östrogene oder auch Progesteron. So, und diese Wechseljahre fest zu definieren, da kommt die Medizin wieder ins Spiel und ich habe es eben angesprochen. Es gibt einfach immer so klare Definitionen, die meistens gar nicht so klar sind. Und wir müssen ein paar Definitionen jetzt einmal kurz durchexerzieren, damit grob klar ist, wie man das Ganze unterteilt. Denn eine Frau, die sagt, ich bin in den Wechseljahren, das könnte jetzt bedeuten, dass die letzte Periode schon fünf Jahre her ist und sie eigentlich durch mit dem Thema ist. Oder es könnte auch bedeuten, dass sie jetzt seit drei, vier Monaten eine komische Blutung hat, die mal mehr, mal weniger, mal einen Aussetzer hat und nicht so richtig weiß, was los ist, weil sie eben in den Wechseljahren steckt. Und deswegen gibt es genaue Definitionen in der Medizin, die da heißen. Wir fangen an mit der Menopause. In der Menopause, da werden viele Frauen sagen, aha, die Pause von den Männern, jetzt versteht ihr langsam, ja, ist ein sehr gängiger Floskel. Aber medizinisch bedeutet Menopause die zuletzt biologisch gesteuerte Menstruation. Also die letzte Menstruation, die stattgefunden hat, die durch eigene Hormone verursacht wurde. Man kann also den Zeitpunkt der Menopause erst rückblickend definieren. Und zwölf Monate nach der letzten Periode, nach der letzten Menstruation, ist die Frau postmenopausal. Also nach der Menopause. Weil es ist länger als ein Jahr her, wo die letzte Blutung war. Und dann gibt es eine Prämenopause. Ich habe das jetzt chronologisch anders gemacht. Die Prämenopause kommt eigentlich als erstes. Aber ihr müsst ja erst mal verstehen, was die Menopause ist. Und jetzt könnt ihr verstehen, was die Prämenopause ist. Bedeutet vor der Menopause. Das ist das Auftreten. Ich habe es gerade erwähnt. Der ersten komischen Zyklen. Der ersten kleinen Beschwerden vielleicht auch. Aber die Menstruation kommt immer noch mal alle zwei, drei Monate. Aber es stellen sich so langsam Unregelmäßigkeiten ein. Also ist die Frau Prämenopausal. Und jetzt gibt es noch einen Zeitraum. So ein bis zwei Jahre um diese Menopause drumherum. Und das Ganze nennt man dann Perimenopausal. Ja, das ist die Medizin. Und es hat sehr viel Freude gemacht, das früher alles auswendig zu lernen. Aber da sieht man mal, dass das nicht ein Zeitpunkt ist, sondern ein wirklich fließender Übergang, der Jahre dauern kann. Statistisch kommt die Frau in die Wechseljahre mit 52, 53 Lebensjahren. Das ist diese Normverteilung. Es gibt natürlich welche, die ein bisschen früher in die Wechseljahre kommen. Und es gibt welche, die ein bisschen später in die Wechseljahre kommen, beziehungsweise die Menopause haben. Jetzt wird es nochmal kurz ein bisschen speziell. Danach könnt ihr aufatmen, dann wird es wieder leichter. Wenn die Frau vor dem 40. Lebensjahr in die Wechseljahre kommt, dann ist das ein Krankheitsbild und nennt man Klimakterium Präcox. Und dann gibt es noch eine primäre Ovarialinsuffizienz, was sehr junge Damen oft betrifft. Das wollen wir jetzt nicht weiter besprechen. Wenn ihr Lust auf das Thema habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Das ist ein bisschen spezieller. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Natürlich gibt es auch Frauen, sogar auch jugendliche Mädchen, die sehr, sehr früh Wechseljahreserscheinungen haben, wo eben die Eierstockfunktion nicht so ganz adäquat ist oder ein Problem im Hirnstamm liegt. Jetzt haben wir also die Situation, dass die Hormone, vor allem Östrogen, so langsam in den Keller rauschen. Und erst wenn man einer Frau Hormone wegnimmt, dann sieht man erst mal, wie viele und wie mannigfaltig die Hormonfunktionen im weiblichen Körper waren. Auf einmal kriegt man Hitzewallung, Schweißausbrüche, trockene Schleimhäute. Ich meine nicht nur die Vaginalschleimhaut, die auch ein großes Problem oft ist, sondern auch die Augen zum Beispiel. Es kommt zu Schwindel, Kopfschmerzen, Obstipation, also Verstopfungen, Libidoverlust. Großes Problem gerade mit der Trockenheit der Vaginalschleimhäute. Auch partnerschaftliche Konflikte können da auftreten. Depressive Episoden und auch Schlafmangel, Schlafentzug, Durchschlafschwierigkeiten, Einschlafschwierigkeiten. Klingt alles dramatisch schlimm. Das ist eben wie so ein Beipackzettel Auflistung, was die Hormone eben verursachen können, wenn sie nicht mehr da sind. Die gute Nachricht ist, sehr, 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 sehr selten haben Frauen mit all diesen Problemen gleichzeitig zu tun. Es sind sehr selten Frauen, die einzelne Probleme sehr schwerwiegend haben, dass sie behandelt werden müssen. Und viele Frauen merken von den Wechseljahren nicht sehr viel. Die sagen, okay, ich habe mal eine Hitzewallung, gerade wenn ich eine Triggersubstanz getrunken habe, einen Kaffee, einen Schnaps, Alkohol. Das sind so Triggersubstanzen, die auch mal Hitzewallung verursachen können. Unterm Strich möchte ich sagen, es gibt viele Frauen, die wenig Symptome haben und wenig Frauen, die viele Symptome haben. Lasst uns die Symptome mit auch der Therapie wirklich in einem gesonderten Video nochmal besprechen und schreibt es mir echt in die Kommentare, damit ich merke, hier ist da einfach die Resonanz da. Es ist gewollt, das Thema. Dann greife ich das für euch super gerne nochmal auf. Kurz zur Diagnostik. Was machen jetzt wir Gynäkologen vielleicht, wenn eine Frau sagt, ich glaube, ich bin in den Wechseljahren? Dann fragen wir erst mal, wie ist der biologische Zyklus? Wann war die letzte Periode? Was gibt es für Beschwerden? All das, was wir gerade aufgezählt haben, wird abgeklappert, abgefragt. Und wenn die Frau erzählt, nö, mein Zyklus ist eigentlich noch ein Schweizer Ohrwerk. Ich habe ab und an mal so komische Hitzewallungen mal einmal pro Monat. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon allein durch das Gespräch sehr gering, dass jetzt schon manifeste Wechseljahresymptome hier vorhanden sind, weil eben auch der biologische Zyklus noch gut funktioniert. Man braucht also auch nicht immer die Blutentnahme, die ich vorhin angesprochen habe. Natürlich, wenn man unsicher ist oder man das unbedingt wissen will, kann man eine Hormonbestimmung machen. Und da würde man vor allen Dingen sich auf dieses FSH, LH, Östrogen, spezialisieren. AMH, das Antimüllerhormon, hat null Aussagekraft. Weder was die Kinderwunschphase angeht, noch was die Wechseljahresphase angeht. Das nur mal zu dem Thema. Auch hier würde ich am liebsten mal über AMH alleine sprechen. Weil es ist ein sehr überstrapaziertes Hormon mit vielen Hoffnungen früher gewesen, die sich alle zerschlagen haben. Therapie. Wie sieht so eine Therapie aus? So wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist eigentlich grundsätzlich in der Medizin oft ein sehr gerne genommenes Prinzip. Und das gilt eben für diese Wechseljahresbeschwerden noch gesonderter. Es zählt also die Symptomatik, das Beschwerdebild der Frau. Wenn das lebenseinschränkend ist und die Lebensqualität wirklich massiv in den Keller treibt, dann sollte man therapieren. Und da gibt es mannigfaltige Ansätze. Ganzheitlich, pflanzlich, natürlich auch die chemische Keule mit einer Hormonersatztherapie. Das ist ein riesen, riesen Thema. Spreche ich gerne auch nochmal drüber. Und auch hier schreibt es mir rein. So sehe ich. Aha, Bedarf ist da. Und dann besprechen wir mal wirklich, was gibt es für pflanzliche Präparate. Was gibt es auch für ganzheitliche Ansätze. Sport, Stressreduktion, autogenes Training, Yoga etc. Oder auch, was gibt es überhaupt an Hormonen, bioidentische Hormone oder wirklich die synthetisch hergestellten Hormone für eine Hormonersatztherapie. Wie ihr seht, ich könnte mir den Mund schon jetzt fusselig reden. Und das ist nur das Basic-Video. Ihr wisst jetzt ungefähr, was Wechseljahre sind, wie sie bezeichnet werden, wie der Übergang ist und welche Symptome auftreten können. Da gibt es noch viel mehr. Ich habe jetzt nur wirklich die Klassiker aufgezählt. Also, unterm Strich halten wir fest bei diesem Video. Wenn ihr weiteren Bedarf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich glaube, jetzt habe ich euch genug überfordert mit Peri und Prä- und Postmenopausalen Begrifflichkeiten. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da gibt es auch nochmal ein ganzes Portfolio an Themen. Und ansonsten sehen wir uns hier wieder im nächsten Video. Und ich würde mich über ein Abo-Nummer freuen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.